Servus und hallo meine Krippelfeunde, hier ist der Erwan. Vielen Dank fürs Einschalten und Vorbeischauen. Welcome to my channel und vielen Dank für euren Support, den Text kennt ihr und natürlich dürft ihr gerne diesen Support hier weiterreichen an meinen heutigen Gast hier, unser Alex. Alex alias FFDK, also finanzielle Freiheit durch Kryptowährungen, den wir wahrscheinlich hoffentlich alle anstreben. Servus Alex, ich hoffe dir geht's gut. Wo wir das aufnehmen, ist zwar Montag, aber ich hoffe du bist fit. Ich bin fit, alles super, die Woche kann gut starten und ich denke immer das ist ein gutes Omen jetzt mit dem Interview. Absolut, absolut, vielen vielen Dank und auch eine Premiere tatsächlich auf meinem Channel. Du bist tatsächlich der Erste, den ich hier interviewen darf. Gelegenheiten hatte ich schon öfter in der Vergangenheit, aber irgendwie kam es da nicht dazu oder habe es nicht gefühlt. Und bei dir ist es halt eben einfach anders. Auch weil wir, sag ich mal, bei manchen Projekten natürlich auch gleich ticken oder gleiche Auffassung haben, spiegelt auch mehr oder weniger unser Content wieder. Und ich weiß zwar, dass viele von meiner Community dich natürlich kennen und zuschauen, ja auch anhand der YouTube-Statistik von mir. Aber es gibt natürlich auch welche da draußen, die dich nicht kennen. Von daher will ich gleich mit meiner ersten Frage los. Wer bist du und was gibt es auf deinem Cell zu sehen? Ja, erstmal großen Dank, dass ich hier von deiner Community sprechen darf. Auch an alle, die hin und wieder mal bei mir reinschauen. Vielen, vielen Dank dafür, ihr Lieben. Für alle, die es noch nicht getan haben, mein Name ist Alex. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit Finanzen, bin auch gelernter Finanzwert. Dementsprechend liegt mir das irgendwie nahe. Ich habe irgendwann mal angefangen, YouTube-Videos zu schauen zum Thema Krypto und festgestellt, dass die alle auf Englisch sind. In meinem Umfeld haben viele Leute gerade mit so schwierigen Themen, was das Englisch betrifft, große Probleme. Und, warte mal, jetzt ist es noch besser, ja? Jetzt ist es besser. Okay. Ja, viele in meinem Umfeld hatten halt große Probleme mit dem Englischen und dementsprechend haben wir dann irgendwann für uns entschlossen, oder ich habe entschlossen, dass ich einfach mal was machen möchte dagegen. Habe angefangen mit ein, zwei Videos. Mein erstes Ripple-Video ist legendär. Guckt es euch einfach mal an. Top motiviert. Keine Ahnung gehabt, wie man da vor der Kamera spricht und wie man das Ganze richtig macht. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich mache vor allem im Bereich XRP viel Content, weil mir das sehr liegt. Ich bin sehr überzeugt von dem Projekt und das hat mich dann über die Jahre immer weiter verfolgt. Und ja, mittlerweile mache ich so einen Mix aus News, lehrreichen Videos, ein paar Videos, in welche Coins ich so investiere und vor allem auch immer mal wieder Updates zu Ripple XRP, aber auch zu anderen ISO-Coins, wie wir sie nennen, ja? Und das ist so das grundlegende Thema auf meinem Kanal. Ihr seid alle herzlich eingeladen und wir haben auch immer gute Laune. Dementsprechend auch in den Streams merke ich, wie viele gute Laune rumströmt und da seid ihr bestimmt alle herzlich willkommen und habt Freude. Genau. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die erste Antwort und erste Frage. Und das merkt man anhand deiner Videos und Content, dass du da das explizit und ausdrücklich oder ja, Deep Dive mäßig in die ganze Sache reingehst und von daher auch gut zusammenfasst. Von daher das schon mal gut und ja, unten in der Beschreibung natürlich für euch der Link zu dem Channel von Alex. Ja, dann würde ich gleich erstmal vorab natürlich danke, geht raus an Manu aus Mexiko, unserem gemeinsamen Community-Mitglied, der das hier sozusagen, ja, für uns hier, ja, ermöglicht hat, nenne ich es jetzt mal. Vielen Dank, Manu. Grüße gehen natürlich raus. Gemeinsamer Community-Mitglied. Ja, dann löchere ich dich mal weiter mit meiner zweiten Frage. Gerne. Welche Kryptobörse benutzt du am meisten und beziehungsweise bist du auf mehreren registriert? Und Punkte natürlich hier wegen Klage, Hacks oder Pleiten muss ich ein bisschen da tatsächlich schon, ja, absichern. Ja, also tatsächlich bin ich allein aus der Vergangenheit heraus auf mehreren Börsen, weil früher war es nicht so, dass eine Börse alle Projekte geführt hat. Früher war es eher so, dass es so spezifische Börsen gab. Die einen haben sich auf Bitcoin konzentriert, die anderen hatten noch ein bisschen mehr. Um deine Frage zu beantworten, ich nutze aktuell drei, vier Börsen aktiv. Binance ist so meine Hauptbörse, da kriegt man ja auch heutzutage, glaube ich, fast alles, ja. Und ansonsten nutze ich Bitwavo, ja, Bitwavo ist auch einer meiner Partner und auch Bingex zum Beispiel ganz gerne und hin und wieder nutze ich auch mal KuCoin. Das sind so, ich finde, in diesem oder dieses Gesamtheitliche bringt mir denn in allen Bereichen irgendwie die Lösung. Die einen haben was für Sable Trading, die anderen haben was, was das Portfolio betrifft, viele Arten von Coins und andere wiederum wie KuCoin haben auch mal so Low-Cap-Coins am Start. Und so, ja, vereint sich das Ganze. Und was Hacks betrifft, hast du natürlich vollkommen recht, sollte man sich immer Gedanken machen. Aber da steckst du halt nicht drin, die können theoretisch alle Opfer von so einem Hack werden. Dementsprechend kann ich nur, oder folge ich selber mal eigenen Rat, den ich euch auch gebe. Wenn ihr irgendwas kauft, dann zieht es am besten, wenn es möglich ist, auf irgendeinem Hardware Wallet. Und so umgeht ihr denn diese Gefahr von irgendeinem Hack. Und das spielt, glaube ich, auch gar nicht mehr so die große Rolle, auf welcher Börse man einkauft. Wenn man es prompt danach versendet, dann ist eigentlich alles immer so weit in trockene Tüchern. Ja. Warst du auch mal so kurzzeitig nur auf einer Börse registriert, wo du gedacht hast, okay, dieses Projekt muss ich haben, aber bin noch nicht auf der Börse? Warst du dich da registriert? Tatsächlich, ja. Allerdings habe ich da keine schlechten Erfahrungen. Ich war mal ganz, ganz früher, vor drei, vier Jahren auf Merkatox. Diese Börse gibt es heute gar nicht mehr. Das kenne ich auch nicht. Merkatox, das war eine Börse, die hat XDC gelistet. Also die hatte XDC. Das war damals die erste Börse, die den Coin geführt hat. Ich glaube, 25.000 Dollar Volumen am Tag, die gehandelt wurden. Weit, weit entfernt von einem Cent pro Einheit. Und dementsprechend im Nachgang hat es sich sehr gelohnt. Aber das war auf jeden Fall dann die Anlaufstelle für XDC. Und die hatten es auch damals einfach gemacht, den Umschwung. Es gab damals XDC auf der Ethereum-Chain laufend. Und dann haben die so einen Switch gemacht zu der Main-Chain. Und die haben das ganz einfach für einen gemacht. Man musste da gar nicht viel tun. Und das war dann auch noch sehr angenehm. Also alles in allem. Hatte ich da auch keine schlechten Erfahrungen. Aber wie gesagt, heute sind die in der Vergessenheit ganz unten irgendwo in dem Börsenlisting oder im Ranking. Ja, ja. Mega. Mega Information jetzt auch für mich, ja. Also ich benutze tatsächlich aktuell zum Beispiel jetzt nur KuCoin, um XDC nachzukaufen zum Beispiel. Ja, siehst du. Bei mir privat, ja. Ja, cool. Okay. Vielen Dank. Und da habe ich gleich die dritte Frage raus. Wie viele Projektanfragen hast du schon abgelehnt? Ja, also ein bisschen mit was man so zu kämpfen hat als Content Creator. Ja, also du bist ja hier mit mehreren Zehntausend ja schon richtig großer YouTuber. Und ich kenne es von mir alleine. Als kleiner YouTuber erzähle ich mich jetzt. Der, der auch schon so viele Anfragen bekommt. Ja. Und da möchte ich jetzt gar nicht wissen, was du alles an Anfragen bekommst. Und dies bezüglich zu dieser Frage. Wie probierst du deine Community zu schützen? Ja, Scan-Projekten im Endeffekt. Na, sehr gute Frage, ja. Also erstmal, so klein bist du gar nicht und so groß bin ich auch nicht. Also so viele Welten liegen gar nicht dazwischen, ja. Machst du übrigens einen sehr guten Job. Das ist auch der Grund, warum ich mich heute besonders darauf gefreut habe, heute mit dir zu sprechen, ja. Mach genau weiter so. Ansonsten, ja. Ich kriege schon ziemlich viele Anfragen, aber man muss da differenzieren zwischen Anfragen, die schon auf den ersten Blick Scammy und Fishy erscheinen. Das sind so E-Mails, wo dann irgendwie immer das Gleiche drinsteht. Ich bin der CEO von dem Projekt und du weißt dann direkt, normalerweise schreibt dich kein CEO an. Oder du guckst dann, ich gucke meistens direkt ans E-Mail-Kürzel. Die meisten enden mit einer tschechischen Adresse, mit CZ hinten oder sowas in der Art. Da kann man dann schon direkt selektieren. Es gibt häufig auch Anfragen zum Thema Gaming. Also jetzt nicht Gambling, sondern Gaming, also irgendwelche Spiele. Da bitte ich dann meist darum, dass die mir irgendwie Screenshots oder irgendwelche ersten Anhaltspunkte mal schicken, dass ich was sehe. Da hört schon bei den meisten auf. Da weißt du dann direkt, okay, das sind auch nur Blender. Und dann gibt es natürlich auch noch diese Casino-Leute, die kann man direkt ignorieren, weil es sowieso verboten ist in Deutschland, dafür Werbung zu machen. Aber alles in allem kriege ich schon am Tag, also ohne, dass ich mich da jetzt größer machen will, als ich bin, aber am Tag so zwei, drei Anfragen. Wobei seriöse Anfragen vielleicht drei bis vier in der Woche. Von den seriösen Anfragen, da kommt man dann so meist mit ein, zwei ins Gespräch. Und ihr seht es ja auf meinem Kanal, ich habe eigentlich nicht häufig Partner. Jetzt haben wir gerade Bitwabo, davor hatten wir über ein halbes Jahr lang BingX. Also wir haben da schon wirklich vernünftige, qualitative Partner, die auch vernünftig arbeiten. Und man hat dann auch immer seinen Betreuer, der einem so ein bisschen zur Seite steht. Und daran merkt man einfach, die arbeiten sauber, die bemühen sich, die gehen auf deine Reaktion ein. Und somit kann man dann die Community, um auf den zweiten Teil deiner Frage zu antworten, schützen, indem man eben weiß, da sind vernünftige, seriöse Ansprechpartner, die deine Sprache sprechen, die das umsetzen, was du von ihnen forderst. Und dann sieht man einfach, dass man auch keine Angst haben braucht für die Community. Alle anderen Projekte werden einfach gar nicht großartig angegangen. Manche werben mit viel Geld. Da weißt du auch direkt, ja, wenn die schon in der ersten E-Mail schreiben, du kannst dir zwei Maybach verdienen mit dieser Anfrage hier, dann weißt du auch direkt, dass sie nichts Gutes vorhaben. Und so kann man das, glaube ich, aus dem Bauch heraus ganz gut machen. Ich will mich aber allerdings nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Klar kann es auch mal sein, dass ich irgendwann mal in den Griff in sonst wohin lande. Aber bisher bin ich eben sehr verhalten und nehme nicht jede Partnerschaft an. Und dementsprechend kann ich das nur jedem ans Herz legen, jedem Content Creator, dass man versucht, vielleicht nicht unbedingt, auch wenn es manchmal vielleicht schwierig ist, das Geld nach oben zu stellen, sondern auch mal zu gucken, hey, was machen die da eigentlich? Ist das jetzt wirklich so, dass das wirklich irgendwen eine Win-Win-Situation bringt? Wenn es nicht so ist, dann macht es auch gar keinen Sinn, dafür zu werben, weil dann fühlst du dich auch scheiße, wenn du dann da sitzt und du sollst jetzt gleich einen Text da runterblabbern. Jo, heute im Spielcasino anmelden und 10.000 Euro gewinnen. So heißt das. Mega vorbildlich, Alex, mega vorbildlich. Und ja, wenn man hier zu viele Partnerschaften dann hat, ja, schaue ich ja persönlich selber auch. Wie gesagt, ich zähle mich trotzdem jetzt, danke für deine Worte, aber trotzdem zähle ich mich zu den kleinen YouTubern und kriege schon so viele und man möchte das Ganze halt übersichtlich halten und genau wie du halt eins zu eins hier erzählt hast und natürlich eine Win-Win-Win-Situation sein für alle drei Parteien. Das wäre natürlich optimal, ja. Eine Win-Win-Situation sein und von daher gibt es, glaube ich, da nichts hinzuzufügen. Ja, dann gehe ich gleich mal weiter und zwar haben wir ja hier schon rausblitzen lassen, Content ähnelt sich bei gewissen Projekten, natürlich allen voran XRPL und dein Content ist natürlich auch stark XRP-lastig und ISO-lastig, die ISO-Coins, wie du schon erwähnt hast. Und hier die Frage wäre, welches Projekt gefällt dir am meisten, ja, das über den XRP-Ledger läuft? Ja, es gibt ja keine Ahnung, mehrere hundert Projekte, die über den XRPL laufen. Also in welchem Projekt siehst du das meiste Potenzial, das auch eventuell den XRP-Ledger langfristig nach vorne schallern könnte oder treiben könnte, so eine treibende Kraft aus dem Hintergrund zum Beispiel? Gute Frage, auch schwierige Frage, weil wie du schon sagst, es gibt natürlich ein paar Anwendungen darauf, aber auch noch nicht die Welt. Also erstmal so generell für uns alle zugänglich finde ich zum Beispiel Sologenic ganz interessant oder auch dieses Flare-Network, wenn es dann irgendwann mal das hält, was es verspricht. In der Theorie ist das Flare-Network, glaube ich, so mit ein riesiger Meilenstein. Ja, nur aktiv nutzen tue ich es nicht, tut es kaum jemand, der Kurs dümpelt auch so vor sich hin, das ist also immer Theorie und Praxis. Ansonsten, ich bin der Meinung, ODL läuft natürlich auch über den XRP-Ledger, dementsprechend, da haben wir nicht so viel mit zu tun, aber ich denke mal, das wird das Herzstück sein und die wichtigste Anwendung für den XRP-Ledger, zumindest für Ripple und für den Kurs hoffentlich irgendwann mal. Ja, aber ansonsten, ich finde auch einige NFTs ganz interessant, aber ich habe jetzt nicht so die Anwendung, wo ich sage, das ist die Killer-Anwendung, weil Flare, die es eigentlich sein könnte, die macht nicht das, was sie verspricht, so bisher zumindest. Doch nicht. Und dementsprechend kann ich es da leider auch nicht sagen. Sologenic ist auch überschaubar, was die Attraktivität für die Nutzer betrifft. Ich finde es zwar ganz cool, so eine dezentrale Exchange, aber so richtig viel angenommen wird die auch nicht, seit Jahren. Und ansonsten finde ich noch, die NFTs interessant, es gibt ja diese X-Punks, die sind ziemlich interessant, wenn man also irgendwie Bock hat, was zu sammeln. Vielleicht kann man sich dafür mal interessieren, aber ansonsten, ja, das ist so vielleicht die Antwort darauf. Es gibt die Anwendung, aber es gibt mehrere interessante Dinge und der ODL ist natürlich das Spannendste von allem. Und ich hoffe, dass wir eines Tages ordentlich partizipieren. Ja, das wünschen wir uns natürlich gerade und die Community. Ja, wie du sagtest, Flare, dauert noch wahrscheinlich, bis da mal was weitergeht. Für mich persönlich zum Beispiel Coreum auch noch interessant und XRP-Hilfcare und XRP-Net, die wo irgendwie hoffentlich auch mal so reale Nutzen und Anwendung finden werden. Aber darauf hofft man und spekuliert man natürlich bei vielen Projekten, sage ich jetzt mal. Ja, cool, cool. Vielen, vielen Dank für deine Einschätzung diesbezüglich. Und jetzt komme ich mal zu, ja, Vollmond, Gematria, da bist du auch mehr oder wenig heimisch. Und deswegen bin ich auf diese Frage jetzt oder Antwort persönlich auch sehr gespannt. Glaubst du an die Bedeutung des Vollmondes und Gematria und allgemein Richtung Aluhut und sehr Spekulation denken bezüglich Investition? Glaubst du daran oder ist das mehr oder weniger, okay, das ist eine Option, die schaue ich mir an und gebe es dann wieder? Auch gute Fragen. Sehr gute Fragen am Start, mein Lieber. Also, also Aluhut ist das meistens immer nur die, oder oft sind Dinge, die Menschen Aluhut bezeichnen, nur Dinge, die Menschen nicht verstehen. Und das ist auch in Ordnung, ja. Also ich finde nicht unbedingt, dass alles, was ein bisschen außerhalb der Box liegt, automatisch gleich irgendwie Aluhut ist, weil Aluhut hat irgendwie meiner Meinung nach so ein bisschen so eine negative Assoziation, ja. Deswegen habe ich noch dazu gesagt, extra Spekulation, ne. Ja, also erstmal habe ich an die Bedeutung des Vollmondes glaube. Also generell, ich habe mich sehr viel mit Themen beschäftigt, die eher nicht so für den Durchschnittsmenschen da draußen so interessant sind, ja. Sicherlich kann sich jeder beschäftigen, ob man es will, das ist die zweite Frage. Und ich habe irgendwann festgestellt, dass die Elite, also die Menschen, man sagt immer, folge dem Geld, ja. Und wenn man dem Geld folgt, dann wird man irgendwann auf Menschen schlossen, wie JP Morgan, ja. Und all diese Leute, die damals dieses Geldsystem und die Federal Reserve gegründet haben. Und wenn du dir so ein bisschen mal deren Biografien durchliest und ein bisschen was guckst, was sie so besprochen haben, dann wirst du schnell feststellen, dass die über Dinge sprechen, die ich vorher so noch nie gehört hatte. Unter anderem das Thema Astrologie. Oder es gibt ein Zitat von JP Morgan, in dem er sagt, Millionäre beschäftigen sich mit den Märkten, Milliardäre mit der Astrologie. Und wenn du das liest und verstehst, dann denkt man irgendwann, was meint der Kerl damit? Weil ich hatte ehrlich gesagt mit Sternen immer nur Horoskope verbunden, weißt du, ich meine so, ich hatte keine Ahnung, was er damit jetzt meint. Als ich tiefer gegraben habe, habe ich festgestellt, dass es durchaus gewisse Wirksamkeiten gibt am Markt, die so für den Außenstehenden total wahllos klingen, wie zum Beispiel der Mond. Der Mond ist für die meisten für Erd und Flut verantwortlich und leuchtet manchmal heller, manchmal weniger hell und das war's. Aber wenn man sich mal etwas tiefer damit beschäftigt, sieht man, dass zum Beispiel die Tradingportale, wo man traden kann, alle schon automatisch in Basics diesen Mondindikator drin haben. Allein das muss ja schon den Leuten eine Frage aufwerfen, warum? Also warum ist so was Absurdes mit Aluhut, ja? Warum ist das denn in jeder Tradingplattform so einfach zu finden und wird so viel genutzt? Und da kommt man dahinter, dass es gewisse Zyklen am Markt gibt, die die Elite für sich nutzt. Und ich will einfach, ich bin jetzt keine Elite und werde es wahrscheinlich auch nie sein, weil ich auch gar nicht so die Bestrebungen habe, aber ich will zumindest ein bisschen verstehen, wie Märkte laufen. Und so habe ich mich dann irgendwann mal ein bisschen aus der Box gebracht, wo mich mit den Themen beschäftigt und festgestellt, dass es durchaus eine gewisse Korrelation gibt zwischen Mond oder Vollmond und Neumond und den Marktzyklen, die wir erleben. So habe ich festgestellt, dass wenn wir in Richtung Vollmond gehen, dass wir in der Regel meistens eher sinkende Kurse sehen und am Tag des Vollmondes mit ein bisschen Karenz, manchmal drei bis fünf Tage, danach irgendwie kurioserweise, egal was in den Medien gerade läuft, kurioserweise der Markt eine Wende nimmt danach, mal mehr, mal weniger und wir in Richtung Neumond, ja witzigerweise immer in Richtung steigende Kurse gehen. Und das klappt nicht nur bei Kryptos, sondern das klappt auch, wenn ihr euch die Tesla-Aktie anschaut. Ihr könnt es ja am besten mal ausprobieren, bevor ich euch da jetzt einer ins Ohr rede. Gebt mal einfach auf eure Lieblingsplattform, zum Beispiel Tradingview oder so, gebt mal da einen bei den Indikatoren Moonface. Dann habt ihr die Mondindikatoren und dann seht ihr immer eine hellere und eine dunklere Kugel. Die wird auf einmal angezeigt, am besten auf Tageschart-Basis. Und dann zieht ihr den mal ein bisschen auseinander und guckt mal, wie der Chart sich in diese Richtung des Mondes verhält. Und ihr werdet, so wie ich, sehen, dass es da einige Gemeinsamkeiten gibt. Und das machen wir uns halt zunutze. Also das nutze ich in meiner Patreon-Gruppe. Da beschäftigen wir uns auch mit dem Thema Germatria. Da spreche ich auch gleich gerne nochmal drüber, wenn du magst. Ja, gerne, gerne. Und wir haben einfach festgestellt, dass man damit ziemlich erfolgreich den Markt antizipieren kann. Wie gesagt, manchmal besser als andere Phasen. Aber an sich kann man, glaube ich, grob sagen, dass es ganz gut klappt. Und dementsprechend seid ihr alle für euch selbst eingeladen, euch damit mal zu beschäftigen. Etwas abtun kann man immer. Aber meistens ist es besser, es abzutun, nachdem man sich damit beschäftigt hat, als wenn man von vornherein sagt, nee, das ist Schwachsinn. So habe ich auch schon ganz oft im Leben Dinge geprüft und festgestellt, die sind Schwachsinn. Ich habe auch Dinge festgestellt, die sind eben kein Schwachsinn. Und so kam ich dann zu diesem ganzen Thema. Ansonsten Germatria. Für alle, die nicht wissen, was die Germatria ist. Die Germatria ist quasi eine alte Sprache, die vor allem auf Zahlen oder die aus Zahlen Buchstaben macht und im Prinzip einfach sprachbarrierenübergreifend Kommunikation zulässt. Man kann also, egal in welcher Sprache man spricht, mit der Germatria gewisse Werte ermitteln. Und das wird sehr viel genutzt, insbesondere im Hebräischen. Ist auch ganz, ganz alt, das ganze Thema. Ich glaube, Elon Musk, glaube ich, hat ja damals auch viel damit gepostet oder getwittert. Also ganz viele. Also wenn man sich da wirklich tiefer mit beschäftigt, merkt man, dass all die Menschen, die sich Milliardäre nennen oder die sehr berühmt sind oder sehr viel im Fokus stehen, dass die alle die Germatria beherrschen. Oder ihr kennt z.B. auch CC immer mit seiner Vier und so. Das hat schon alles Bedeutung, warum diese Leute diese Zahlen verwenden und im Mainstream immer so viel diese Zahlen aufkommen. Aber wie gesagt, ich möchte euch da jetzt um Gottes Willen nicht langweilen, aber das sind so Gründe, warum man sich mit sowas beschäftigt, weil ich eben immer diesen Milliardären folge, guck, was solche Masken dieser Welt so treiben. Und da kommt man dann eben nicht drum herum, sich irgendwann nochmal mit diesen Themen zu beschäftigen. Ja, mega, mega ausführlich erklärt. Vielen, vielen Dank wegen der Antwort. Und ja, ich zähle mich natürlich auch zu den Leuten, die ein Open Mindset haben und sich nicht verschließen, auch bezüglich so Vollmond und Gematria und so weiter. Auch wenn ich es persönlich z.B. jetzt nicht so nachverfolge. Aber es klingt natürlich einleuchtend, was du jetzt uns da gesagt hast. Vor allem, wenn es halt immer wieder anhand den Charts ablesbar ist, z.B., wie du uns erklärt hast. Ja, wenn du willst, ich kann dir nachher mal im Anschluss einen Screenshot einfach mal schicken für die Leute, die jetzt keinen Bock haben, das nachzuverfolgen. Vielleicht kannst du die nur einblenden hier im Video. Da sehen die Leute, ich mache es vielleicht mal mit der Tesla-Aktie und vielleicht mal mit Bitcoin oder so. Da könnt ihr einfach euch mal selber überzeugen. Da seht ihr mal die Phasen und dann kann ich euch das mal deutlich machen. Vielleicht ist das ja ein Anreiz für euch, euch damit zu beschäftigen. Wer weiß. Ja, ja, sehr gerne, sehr gerne. Und wie gesagt, das kann ja dann kein Zufall mehr sein. Also irgendwas muss da schon dran sein. Definitiv. Und an diese Frage würde ich, ja, extra Frage hierzu praktisch. Wie stark glaubst du an Flip the Switch, wie man es so schön in dem Space nennt, und über Nacht XRP drei Tickets und all the money? Das ist ja so das Narrativ oder das bei den XRP-Leuten, Maximalisten oder Anhang-Fans, ist ja das immer wieder eine Frage. Hast du wahrscheinlich sehr oft gehört. Wie stehst du dazu? Zu diesen Gedanken? Also erstmal, ich glaube, das gehört alles zusammen, denn Flip the Switch bedeutet, über Nacht kommt das ganze Geld aus. Also all the money kommt in XRP quasi oder wird mit XRP transportiert und führt dann so three digits. Das ist, glaube ich, so die Wunschvorstellung. Also für wie realistisch halte ich das, ohne dass ich da jetzt irgendwen in den Zahn ziehen will. Aber ich glaube nicht, dass es so ist, wie irgendwie in der Nacht passiert das wirklich. Ihr wacht morgens auf und XRP sagt 500 Dollar. Ich kann mir eher vorstellen, dass eine Nachricht zum Beispiel rüberschrappt. Zum Beispiel die, nur als Beispiel, die Federal Reserve und das ganze Zahlungssystem FedNow basiert nun auf dem XRP-Ledger und nutzt XRP, weil es Vorteile daran sieht. Ich könnte mir vorstellen, diese Nachricht wäre ja quasi wie ein Schnipser. Plötzlich ist sie da und die führt dann plötzlich zu einem unglaublichen Zulauf. So netter kann ich mir diese Flip of the Switch-Geschichte vorstellen. Ich glaube jetzt nicht, dass irgendwann nachts, wenn alle alle schlafen, heimlich jemand einen Lichtschalter so metaphorisch umlegt und dann geht es los. Ich glaube, eher es wird irgendeine Nachricht sein, irgendein Event, irgendein Grund, warum plötzlich alle auf XRP stürmen. Und das kann ich mir durchaus vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass XRP sogar deutlich mehr als Dreistelligkeit erreicht. Die Frage ist nur, das habe ich glaube ich in einem meiner letzten Videos auch thematisiert, werden wir daran partizipieren können? Denn ich habe ja vorhin schon gesagt, ODL ist ein wichtiges Herzstück. Also On-Demand-Liquidity ist quasi der Pool, wo die ganzen Banken und Institutionen drin sind und die dann unabhängig von uns, was wir so sehen können, auf dem XRP-Ledger arbeiten. Die können quasi die XRP-Transaktionen in ihrem Rahmen durchführen, ohne dass wir die sehen können. Und dementsprechend haben die quasi ihre eigene Unit da. Und wenn die natürlich jetzt, weil sie viele Milliarden oder vielleicht sogar noch mehr Geld bewegen wollen, jetzt keinen Bock haben, immer auf XRPs zu warten, die wiederkommen müssen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sie intern vereinbaren, ab sofort ist ein XRP nicht mehr 1 Dollar wert, sondern 100 Dollar wert, damit wir weniger XRP brauchen für unsere Hin- und Herschieberei. Ob wir davon im Sekundärmarkt was mitbekommen, das ist halt die Frage. Oder ob es vielleicht eher so attraktive Anreize geben wird. Meinetwegen, wir sollen unsere XRP zur Verfügung stellen, bekommen dafür einen ordentlichen Staking-Reward, so können davon vielleicht mit Zinsen gut leben. Sowas könnte ich mir eher vorstellen. Fakt ist aber auf jeden Fall, ich glaube, denn der nächste Bullrun, der auf XRP zukommt, der wird auf jeden Fall bombastisch für uns alle. Und da reicht es ja auch, wenn wir auf 20 oder 25 Dollar gehen. Ich glaube, es braucht gar nicht die 589 Dollar, damit wir glücklich sind. Das wäre doch schon mal was, Freunde, wenn wir vielleicht mal wieder auf Platz 2 bei CoinMarketCap landen könnten, wenn wir mal wieder ordentlich aufholen, was wir die letzten Jahre haben liegen lassen und vor allem, wenn wir die ganzen Leute mal ein bisschen ruhig stellen, die die ganze Zeit reingrätschen und erzählen, wie blöd ich bin oder wie dumm wir sind, dass wir irgendwie uns da verfahren haben. Ich würde mich einfach darüber freuen. Richtig bodenständige Gedanken hier. Ich kommuniziere es ja in meinen eigenen Videos immer wieder, dass wir einfach die Minderheit sind, die rational denkenden Investoren, die wir jetzt nicht hier auch in einer FOMO machen oder, keine Ahnung, oder ein Maxi sind. Das hat meiner Meinung nach mit Investment halt wenig zu tun, wenn man hier so abnormale Gedanken hat oder einfach ein Maxi ist, sondern einfach wirklich ein Open Mindset hat und eher fundamental an die ganze Sache rangeht. Und was mich persönlich zum Beispiel stört, ich weiß nicht, Alex, soll ich dir genauso ist, dass XRP immer nur mit Banken in Verbindung gesetzt wird und mit Ripple logischerweise, okay, aber nur mit Banken und Finanzsystem und Transaktionen. XRPL ist ja so viel mehr und da kann ja auch nochmal Anwendung kommen und Verknappung sozusagen oder reale Anwendung, nicht nur im Banken-Finanzsystem. Definitiv. Ich meine, der XRP-Ledger ist verdammt schnell. Er ist verdammt fair, auch was das Validatoren-System dahinter betrifft. Egal, wie viel XRP jemand hält, er hat immer eine Stimme, weil viele auch sagen, Ripple sei sozusagen der Strippenzieher bei allem. Ja, Ripple hat viele XRP und kann theoretisch die XRP auf einen Schlag, wobei nicht mal. Die haben ja diese Escrow-Verträge, die ihnen das auch noch versperren. Aber selbst wenn sie die hätten, klar könnten sie den Markt spülen mit XRP und damit den Kurs extrem in die Knie zwingen. Aber deshalb haben sie trotzdem nicht mehr Stimmen. Ich glaube, Ripple hat insgesamt 13 oder 14 Validatoren. Theoretisch könntest du auch so viele Validatoren aufstellen, denn egal, wie viel XRP man hält, man hat immer eine Stimme. Und jemand, der nur einen Validator hat, hat eine Stimme, die haben halt mit ihren, oder haben 13, aber das hat gar keine Rolle, spielt gar keine Rolle, wie viel XRP man hält. Von daher, das Netzwerk können sie nicht beeinflussen. Sie sind natürlich maßgeblich, so wie Vitalik Buterin Ethereum mit beeinflusst, durch sein mediales Dasein, durch seine Meinung, durch seine Reputation. Technisch betrachtet, kann er auch Ethereum nicht beeinflussen. Und somit sehe ich das da ähnlich. Der XRP-Ledger kann sein eigenes Ding machen, nur muss man fairerweise sagen, Ripple ist ja nun mal von Anfang an als der Bankercoin bekannt geworden, dass sie auch mit Banken zusammenarbeiten, obwohl er eigentlich Bitcoin gegen die Banken arbeitet, mit diesem Unbanked-Banks-Gedanken. Deshalb kann ich schon verstehen, dass viele das so in einen Satz immer bringen. Ja, aber wie du schon sagst, es ist halt viel mehr Vielseitigkeit drin, als viele glauben. Nur ich kann es keinem verübeln, wenn er da zu Bankercoin sagt. Und am Ende hoffen wir ja auch darauf, dass die Banken große Volumina damit nutzen. Fakt ist aber eins. Viele tun so, dass die Banken die Bösewichte sind. Jeder von euch hat ein Bankkonto. Und jeder von euch hat sich bei der Bank mal einen Kredit genommen. Oder da ist die Bank aber immer nett. Wenn euer Haus finanziert wird, der geht auch zur Bank. Und dann ist auch nett. Also man muss sich irgendwie vielleicht mal klar machen, dass man da gar nicht drum herumkommt. Wir leben leider in keiner utopischen Welt, in der alles so wundervoll ist, wie wir uns das wünschen. Ja, deshalb, wir müssen damit klarkommen. Es gibt Banken, die machen ihre, die spielen ihre Rolle. Die waren bisher immer die am längeren Hebel. Und das wird wahrscheinlich auch erstmal so bleiben. Wir sehen, dass das Fiat-System weiterhin aufgebläht wird und wir nichts dagegen machen können. Deshalb lieber damit leben und daran partizipieren, als sich jetzt ewig zu ärgern und versuchen, dagegen anzugehen, weil dafür sind wir zu kleine Sandkörner. Weißt du, was ich meine? Absolut, absolut. Deshalb bin ich halt so ein XRP oder hänge ich da nicht, weil ich so eine Fernbrille aufhabe, sondern einfach nur, ich sehe darin, die arbeiten mit den Leuten zusammen, die das anderen Problem oder die anderen Leute Probleme machen können. Ja, und wenn du mit den Regierungen Hand in Hand arbeitest, dann hast du eben diese Probleme nicht. Und ich glaube, das kann für alle am Ende gut enden. Genau, genau meine Gedanken, Alex. Genau meine Gedanken. Wieso jetzt hier auf richtig krass 100% Dezentralität oder DeFi, was die Regierungen ja sowieso nicht in eine Schublade stecken können. Ja, in welche stecken wir jetzt die? Was ist das Dezentral? Wie können wir es natürlich hier für uns benutzen? Übrigens, Ripple hat ja jetzt nur noch einen Validator, zumindest in der UNL, also in der Unicode. Genau, nur noch einen. Zwei hatten sie, einer wurde jetzt rausgehauen. Spectre, glaube ich, ist reingekommen. Also da auch nochmal an die Bitcoin-Marxis. Vielen Dank, sind da wieder was gelernt. An die Bitcoin-Marxis geht da auch ein Gruß raus. Genau, und ja, wie gesagt, NFT, Smart Contracts mit den Hooks natürlich, das kommen wird. Dann Automated Market Maker, was ja der, der unser allmächtiger David Schwartz als beste News in den letzten zehn Jahren anerkannt hat mit den Liquidity Pools, ja, da wo wir dann auch zum Beispiel hier mit der arbitragieren können und so weiter. Also einfach viel mehr wie nur Banksektor, ne, XRP. Deswegen hier diese Frage an dich nochmal. Ja, und du hattest schon erwähnt gehabt Bullrun, ja. Was ist dein Plan für den nächsten Bullrun? Zum Beispiel weiter hodeln, Gewinne mitnehmen oder eventuell hast du sogar eine feste Summe im Kopf, aber den musst du uns natürlich nicht nennen. Was machst du so? Ja, also es ist natürlich immer schwierig, ja, weil ich bin zumindest ein sehr emotionaler Mensch, ja, es ist immer schwierig, alles vorher zu ahnen und dann zu sagen, wie man sich verhält, weil man kennt selber, dann steigt ein Kurs und dann, ah, vielleicht steigt der noch weiter, ja. Deshalb, also was ich mir selber vorgenommen habe für diesen Bullrun und auch für alle anderen wahrscheinlich, denn nicht die verkehrteste Wahl wäre, wäre so eine gesunde Stück-für-Stück-Auszahlung, ja. Also dass ihr zum Beispiel sagt, meinetwegen, wir nehmen an, ihr habt jetzt 1000 XRP als Beispiel, ja. So, dass man also sagt, okay, die ersten 10 Prozent verkaufe ich jetzt vielleicht gleich am Anfang und dann nochmal 10 Prozent will ich mir dann aufteilen, sodass ich insgesamt 20 Prozent veräußere und den Rest lasse ich mal im Topf drin. So könnte man das dann machen und dann Stück für Stück ein bisschen auszahlen und nicht an Tag X alles auszahlen, sondern eben Stück für Stück. Aber ich würde natürlich Gewinne realisieren. Also wer der Meinung ist, dass man jetzt durchhoddeln muss 12, 13 Jahre, kann man gerne machen und die, die es mit Bitcoin gemacht haben, die haben auf jeden Fall ein gutes Los gezogen. Aber sind wir mal ehrlich, Profite realisieren gehört zum Markt dazu, ja. Und wer das nicht macht, der ist einfach kein guter Investor, denn ein Investor sollte schon auch sehen, wo er sein Profit rausholt, damit er eben das, was er da investiert hat, ein Risiko auch bereit war zu geben, auch irgendwie wieder ausgleichen kann. Und eben religiöse Muster zu verfallen, das macht man halt gerne mal, weil man sagt, hey nein, ich halte die jetzt fest, weil das ist mein Gold, ist das total in Ordnung, ist halt nicht meine Art. Ich würde also ganz klar empfehlen, immer mal wieder ein bisschen was realisieren, gucken, wie sich es anbietet am Markt und vielleicht sich selber sagen, meinetwegen ein Beispiel, VeChain ist jetzt gerade bei knapp zwei Cent, waren mal bei 20 Cent. Wenn man sagt, also wenn die bei 15 Cent wären, wäre ich heute, Stand heute sehr zufrieden als Beispiel, hätte ich jetzt mal sieben rausgeholt ungefähr und das wäre doch toll. Und dann sollte man sich vielleicht daran halten, wenn sie dann wirklich bei 15 Cent sind, dann macht man es wirklich so, dass man dann, egal was ist, ob es regnet, schneit, egal was ist, sagt, okay, jetzt halte ich mich an meine, was ich mir vorgenommen habe und verkaufe einen gewissen Teil. Und so kann man es vielleicht machen, weil sonst verfällt man wieder diese, oh, geht er noch höher, geht er noch höher, Muster. Und dann hat man am Ende vielleicht doch ein Problem. Deshalb am besten sich jetzt schon einen Plan schmieden, sehr gute Frage von dir, einen Plan schmieden und jetzt schon vorbereiten. Viele bereiten sich immer nur darauf vor, wann sie kaufen. Ist jetzt der Boden? Ist jetzt der richtige Moment? Das könnt ihr genauso wenig wissen, wie wann ihr verkaufen solltet. Und auch da fehlt mir bei vielen immer eine vernünftige Exit-Strategie. Viele machen sich gar keine Gedanken, wie sie denn da vernünftig auscashen. Und deshalb war die Frage sehr gut, weil vielleicht ihr alle euch dafür animieren könnt oder mal darüber überlegen könnt, hey, wie mache ich das jetzt am besten? Und sich das am besten auch aufschreiben. Ich finde immer, aufschreiben hilft sehr, weil man sich dann die Ziele quasi auch verschriftlicht und am besten noch unterschreibt. Ja, und dann macht man es vielleicht auch eher. Aber so würde ich es auf jeden Fall machen. Also einen Teil auszahlen, definitiv Gewinne realisieren, aber natürlich auch einen Teil drinlassen, weil ich halt von der Idee überzeugt bin und nicht glaube, dass der nächste Bullrun schon das widerspiegelt, was ganz am Ende dabei rauskommen kann. Ja, sehr, sehr schön wieder deine Antwort. Vielen, vielen Dank. Auch nochmal natürlich Bestätigung für mich. Ich bin da auch sehr ähnlich von den Gedanken. Und ja, hier, wie du sagtest, einen Plan, auf jeden Fall einen Plan haben. Und bezüglich unserer zweiten Frage auch, ja, bei wie vielen Börsen bist du angemeldet und so weiter, wegen den Auszahlungen dann, ja. Wenn eine Börse dann Faxen macht, ne, dann zahlst du halt Warners aus, musst dich aber dann nicht mit KIC rumquellen oder sonst was. Und dann der Preis, ne, macht ja seine Auf- und Dumps in der Zwischenzeit. Also, auf jeden Fall da draußen, Leute, macht euren Plan und schmiedet euren eigenen Plan natürlich. Das kann man jetzt pauschal so auch nicht sagen, aber unser Alex hat, glaube ich, hier sehr schön alles erwähnt. Und vielleicht eine Sache, die ich noch ergänzen kann, denkt auch ja nicht, Freunde, dass es immer lange dauern muss. Also, ich erinnere mich an Zeiten, wo von einer auf die andere Woche, ich erinnere mich, ich glaube, es war im April 2021, XRP war gerade mal so in diesem Gerichtsprozess, der hat Ende 2020 begonnen. Alle dachten, das Ding geht jetzt auf Null, war auf 17 Cent. Und nicht mal vier Wochen später war der Kurs bei 1,90 Dollar. Ich hatte eine Scheiß-Exit-Strategie. Also, dementsprechend, ich hätte mich da besser vorbereiten sollen. Also, ich habe nicht viel verkauft bei 1,90 Dollar. Also, das war eigentlich so schlau von mir im Nachgang. Und deshalb also jetzt nicht denken, das hat jetzt noch Jahre Zeit, eine Exit-Strategie kann man an einem Tag schmieden. Aber glaubt mir, die packt ihr denn in die Schublade, was ihr euch aufgeschrieben habt. Und wenn es dann mal spruchreif wird, habt ihr direkt was in der Hand, anstatt dann überfordert zu sein, weil alles so schnell geht. Und Cryptospace kann schnell gehen. Eine riesige Partnerschaft oder ein riesiges Ding und plötzlich geht das richtig ab. Also, das vielleicht noch so als kleine Ergänzung zum Schluss, dass man also sich jetzt nicht das auf die lange Bank schiebt, sondern am besten, wenn ihr die Zeit habt, vielleicht diese Woche schon anfangen mit einer guten Idee, Exit-Strategie. Und ich bin mir sicher, du oder auch ich können euch auch gerne unterstützen. Schreibt einfach mal in die Kommentare oder kommt in unsere Socials. Dann gibt es bestimmt auch mal den einen oder anderen Ratschlag von uns oder Community-Membern. Und ja, dann werden wir das schon hinkriegen. Schreibt da auf jeden Fall die Punkte auf. Jetzt haben wir Bärenmarkt. Okay, gut, hier sind auch Psychologie. Oh Gott, oh Gott, minus, minus, minus. Aber in Bullrun halt eben, oh Gott, oh Gott, sau viel Kohle im besten Fall. Und was mache ich? Also von daher erst mal alles aufschreiben und dann abhaken, sage ich jetzt mal. Ja gut, dann bleiben wir mal bei Finanzen logischerweise. Hast du Vorbilder bezüglich Investments und Finanzen? Fragezeichen. Also vielleicht in der Vergangenheit oder aktuell? Was kannst du dazu uns sagen? Also ich habe natürlich so die typischen Quellen, die ihr auch habt. Ich finde zum Beispiel Warren Buffett sehr interessant. Er erzählt halt viele gute Sachen und hat viele gute Strategien, die zum Beispiel, dass die Verteilung oder die Börse ist nichts anderes als die Verteilung des Geldes von den Ungeduldigen zu den Geduldigen. Da steckt so viel Wahrheit drin in solchen alten Floskeln. Das sind natürlich Vorbilder gewissermaßen. Ja, aber auch zum Beispiel, vielleicht kennt ihr den Film The Big Short, auch ein sehr, sehr legendärer Film. Auch das ist gewisserweise ein Vorbild. Es gibt viele, viele Einflüsse, aber ich habe jetzt nicht so diesen, diesen einen, den ich sozusagen nachahmen möchte oder dem ich irgendwie jetzt was nachmachen möchte. Das ist eher so, ich nehme viel auf und versuche dadurch ein bisschen was für mich daraus zu nehmen. Und ich glaube, das geht jedem von euch so. Es gibt einige Leute, die liegen euch mehr. Die reden eher so in eurem Style. Die könnt ihr besser verstehen, besser folgen. Die sind eher so passend für euch und andere weniger. Ihr müsst aber mal gucken, was für euch passt. Und bei mir passen halt einige der alten Leute. Ich finde zum Beispiel auch Kostellani, werden die wenigsten wahrscheinlich kennen, einen super interessanten Anleger, einer der erfolgreichsten auch zu seiner Zeit, hat in der Zeit, wo Krieg war, wo alle dachten, alles zu verlieren, hat er unheimlich viel Geld verdient durch deutsche Staatsanleihen. Denn, ja, er sagt auch, am besten investieren. Wie war nochmal der Spruch? Investieren, eine Schlaftablette nehmen und irgendwie fünf Jahre schlafen. Genau das Gleiche habe ich jetzt auch eben hier gehabt. Also Kostellani, eine Legende, ein so sympathischer Kerl, eine absolute Legende. Auch von dem habe ich viel mitgenommen. Und so hat sich dann zusammen irgendwie ein gewisser Einfluss dargestellt. Genau die gleichen Gedanken bei mir. Also einfach diese allgemeine Auffassung von den Star-Investoren, die wohl eh schon was erreicht haben, das irgendwie zu verstehen und ihre Weisheiten, wie zum Beispiel diesen Satz hier, einfach mitnehmen und verinnerlichen. Passt, 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 passt. Na gut, jetzt kommen wir nicht zu Investments und Finanzvorbilder oder was heißt Vorbilder? Ja, welche YouTuber kannst du der Allgemeinheit empfehlen? Weil ich sage ja immer selber, hört nicht auf uns YouTuber. Ja, also ihr könnt natürlich, die Leute da draußen können natürlich unsere Meinung und unser Research natürlich mit einfließen lassen in ihre eigene Meinung dann schlussendlich. Und in ihr eigenen Research, aber nicht eins zu eins auf uns hören. Und von daher würde mich natürlich interessieren, welche YouTuber kannst du zum Beispiel empfehlen oder welche hast du am Anfang dir angeschaut, etc. Auch gute Frage, das sind sehr gute Fragen heute, mein Lieber. Ja, Respekt, auf jeden Fall. Also ich gucke natürlich genau wie ihr ganz viele verschiedene Leute, auch ganz viele verschiedene Bereiche. Ich komme ursprünglich aus der Aktienwelt, das heißt, ich habe da eher so solche Dirk Müllers dieser Welt geschaut, fand ich auch immer sehr interessant. So kryptotechnisch sind nicht nur du, sondern auch alle, mit denen ich so Interviews führe, das sind alles geile Persönlichkeiten und Leute, von denen man viel lernen kann, wobei natürlich jeder so seine eigenen Steckenpferde hat. Deshalb, also ich kann euch empfehlen, dass hier alle, die wir hier im Interview haben, das sind alles geile Leute, würden wir das nicht machen. Ja, die das in dir auf jeden Fall schaut. Ja, und das in der Kombination vielleicht. Ich habe früher, vor vielen Jahren, vielleicht kennt ihr den, den Kolja Barkhorn von Aktien mit Kopf, mittlerweile auch ein riesiger Kanal. Ich glaube, er hat mittlerweile auch schon 300.000 Abonnenten und der hat mich damit sehr motiviert. Der hat immer gesagt, finanzielle Freiheit dank logischem Denken. Und so kam dann auch irgendwann mein Name, finanzielle Freiheit dank Kryptowährung. Also der ist super, super cool. Von dem habe ich auch viel zur Aktienbewertung gelernt, wie man vernünftig Aktien analysiert. Und da habe ich viel mitnehmen können. Hat das immer so an so einer Schultafel gemacht mit Kreide, so richtig oldschool. Und hat dann einfach mal die Bewertung hingeschrieben, habe ich viel gelernt. Und so konnte ich dann auch in der Kryptowelt Altcoins besser bewerten, weil ich schon eine gewisse Grundlage hatte, wie man sowas macht. Auch wenn Altcoins natürlich keine Unternehmen per se sind oder irgendwelche Bilanzen haben, hat man doch schon gewisse Übereinstimmungen. Und so kann man dann ganz gut durch sowas dann eine Brücke bilden. Ja, das sind so Leute, die mich auf jeden Fall beeinflussen. Und sonst halt die, die wir schon drüber gesprochen haben. Ich gucke sonst auch sehr viel Content. Ja, es gibt auch so YouTube-Kanäle, die passen dann mal so die Geschichte von Investoren zusammen, so Stories. Ja, sowas gebe ich mir ganz gerne. Und ansonsten bleibt auch nicht so viel Zeit für YouTube. Ich habe natürlich auch noch ein bisschen Verpflichtung. Aber das war, glaube ich, so grob erst mal das, was ich gucke. Also dann Kolja Barkhorn von Aktien mit Kopf und dann eben noch so ein paar Aktien-Gurus oder auch ein paar Stories. Auch im englischen Sprachbereich oder bleibst du da? Tatsächlich fast nur in Englisch. Also ich selber, ich weiß gar nicht, wie das so kommt. Meine Eltern können beide nicht so gut Englisch. Ich war in der Schule nicht so der Englisch begeisterte, aber durch Krypto oder generell durch meine Arbeit, ich spreche sehr viel Englisch und kann das mittlerweile richtig gut. Vor allem verstehen, also ich würde behaupten, dass ich 95 bis 99 Prozent verstehen kann von allen Videos, trotzdem schwere Themen sind. Und das bietet mir auch viele Möglichkeiten, weil der deutschsprachige Raum ist zwar geil, aber es gibt schon gewisse Grenzen. Und durch diese englische Barriere, die man durchbrechen kann, kann man halt auch viel mehr Content wahrnehmen aus allen Ländern der Welt. Und somit kann man auch viel, viel mehr lernen. Und das ist, glaube ich, auch noch ein Riesenvorteil. Also falls ihr noch ein bisschen jünger seid und noch zuschaut und noch die Chance habt, macht auf jeden Fall einen ordentlichen Englischkurs, versucht irgendwie Englisch zu lernen, weil das hilft einem ungemeinen in vielen Lebenslagen. Egal, was andere sagen, es geht einfach nur um euch, dass ihr Bock drauf habt und irgendwie Sachen lernt, die ihr sonst nicht lernen könntet. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich sehr froh darüber bin, dass ich das kann. Und dementsprechend nutze ich das und gucke fast alle Videos auf Englisch. Ja, absolut. Also mehrsprachig alleine aufzuwachsen zum Beispiel ist schon ein Mehrwert für das ganze Leben. Definitiv. Da gebe ich dir wieder mal recht. Ja, dann komme ich zur vorletzten Frage, lieber Alex. Machst du oder hast du Staking, Lending, Borrowing ausprobiert oder betrieben oder machst du das auch noch aktiv? Falls ja, vielleicht kannst du sagen, welche Kryptos oder zum Beispiel wo? Also hier auch Stichwort passives Nebeneinkommen. Also bei Staking ist generell erstmal so an sich eine richtig, richtig geile Nummer. Aber irgendwann hat mein Steuerberater mich mal angerufen und mir gesagt, Alex, sei vorsichtig mit dem Staking, weil du damit aus dieser Frist rausfällst mit einem Jahr. Deshalb bin ich da so ein bisschen gehindert bei manchen Projekten, weil man da plötzlich dann, zumindest das ist mein Wissensstand, vielleicht ist es auch falsch, ich will da jetzt auch kein Gerücht streuen, aber irgendwie ist es dann so, dass man dann schon zehn Jahre lang dann plötzlich eine Haftung hat, die sonst nur ein Jahr lang war. Sollte man zumindest mal prüfen, also auch wenn ihr das vielleicht gerade vorhabt, einmal kurz prüfen, vielleicht irre ich mich, wie gesagt. Jedem Land anders auch, ja. Genau, jedem Land natürlich auch anders. Aber dementsprechend habe ich mich jetzt ein bisschen zurückgehalten und nicht jedes Projekt, was ich theoretisch staken kann, auch gestaked. Habe aber früher mal einen eigenen Note betrieben. Bei dem Projekt Smart Cash war ich auch sehr, sehr Feuer und Flamme für. Leider am Ende zusammengebrochen wie so viele Altcoins. Sonst staken tue ich Algorand, ja, beziehungsweise ich nehme an dem Governance-Programm teil. Algorand hat so ein Governance-Programm, da kann man dann quasi seine Algos für eine gewisse Periode, ich glaube drei Monate sind das verschließen, muss dann auch einmal an so einer Abstimmung teilnehmen und wenn man das gemacht hat, kann man danach dann eben einen gewissen Reward bekommen. Der ist nicht besonders hoch, aber der ist auf jeden Fall konsequent und regelmäßig und das ist auf jeden Fall eine Sache, die man machen kann. Außerdem läuft das auch über den Ledger, das heißt, die Coins verlassen niemals dein Ledger, das ist mir immer sehr wichtig. Und ansonsten, ja, bei den anderen Themen bin ich nicht ganz so tief drin. Ja, ich habe auch nie richtig gemeint. Ich habe zwar mal Cloud-Mining gemacht, das war mal sowas. Aber staken könnt ihr sonst zum Beispiel, was sehr einfach ist, kann man ohne, ich möchte keine Werbung dafür machen, aber ich mache es bei Bitwavo. Ihr könnt da einfach, wenn ihr euch was gekauft habt, einfach nur auf das Dashboard gehen, auf Staken, kriegt ihr jetzt nicht die höchsten Rewards, ja. Aber ihr habt da eben keine Arbeit mit. Also wenn ihr ganz neu seid und das einfach mal machen wollt im kleinen Stil, dann kann man das da auf jeden Fall machen. Es gibt auch sicherlich noch andere Börsen wie Binance und so, wo das auch lokal ist. Ja, klar. Aber das sind so Sachen, die meine Community zumindest macht. Und ja, das ist, glaube ich, die Antwort darauf. Also mehr kann ich da, glaube ich, gar nicht zu erzählen. Den Geheimtipp habe ich leider nicht für euch. Ich weiß nur eins, wenn die Staking-Rewards, also die Belohnung, die ihr bekommt, dass zu hoch ist, ja, dann seid auf jeden Fall vorsichtig, Freunde. Denn das ist bisher nie gut gegangen im Cryptospace. Ja, wenn ihr einen Dollar gebt und nach drei Wochen zwei Dollar zurückbekommt, dann wisst ihr, da stimmt was nicht, ja. Und da solltet ihr auf jeden Fall darauf Acht geben. Ja, Scam-Alert, ne. Ja, wenn der API zu hoch ist, sollte man natürlich auch absolut Acht geben, ja. Guter Tipp nochmal, guter Tipp nochmal. Ja, Alex, da komme ich auch zu der zehnten und letzten Frage für heute. Falls du dein Ziel erreichst, ja, da ist natürlich wieder auch Planung dabei, was wir eh schon hatten, finanziell frei zu werden, ja, falls du das erreichst. Hörst du dann mit YouTube auf oder machst du weiter? Was sind da deine Pläne? Hast du dir schon mal drüber Gedanken gemacht oder sagst du, kackegal, ich kann Multimillionär werden, ich mache hier weiter und ziehe es durch. Also finanziell ist immer so eine Definitionsfrage, ja. Also ich würde tatsächlich sagen, ich bin schon relativ dicht dran, vielleicht für den einen oder anderen habe ich es vielleicht sogar fast geschafft, wer weiß. Also um die Frage mit YouTube zu beantworten, bei YouTube, ich weiß, viele da draußen denken, YouTuber verdienen einen Haufen Geld. Also YouTube bringt einem nicht viel Geld, Freunde, sage ich euch so, wie es ist. Partnerschaften, klar, schon eher, aber YouTube bringt wirklich nicht viel Geld. Also wenn es mir wirklich um Geld ginge, müsste ich schon längst aus wirtschaftlichen Gründen meinen YouTube-Kanal beenden. Das ist also nicht der Grund und das werde ich auch weitermachen. Also wenn ich also jetzt, sagen wir, noch mehr Geld zur Verfügung hätte, würde sich daran nichts ändern, weil ich bin, auch wenn vielleicht einige denken, das labert er nur, aber ich bin wirklich ein relativ bescheidener Mensch. Ich will ein schönes Auto fahren, das tue ich auch. Ich habe ein schönes Häuschen, habe noch ein paar Immobilien, die nebenbei laufen. Das ist ganz schön, so ein bisschen Sicherheit. Ansonsten, ihr seht mich immer in schlichten T-Shirts, ja. Ich bin jetzt auch kein dekadenter Kerl mit irgendwelchen, keine Ahnung, mit Riesensachen. Das ist einfach nicht mein Ding, so keine Ahnung. Ich will auch immer gern unterm Rad bleiben, weil je mehr ich zeige, desto mehr kann auch irgendwo Neid entstehen oder irgendwas. Deshalb ist es gar nicht meine Absicht. Und außerdem finde ich es viel cooler, wenn man nicht immer über Geld redet, sondern einfach ganz entspannt man selbst ist und das finde ich cool. Und dementsprechend, ja, wenn ich es also noch weiter schaffen sollte, würde ich trotzdem YouTube machen. Vielleicht würde ich irgendwann nochmal was anders machen, und das weiß ich nicht. Vielleicht irgendwo anders nochmal hinziehen, in ein anderes schönes Land vielleicht mal. Das kann ich mir auch vorstellen. Genau, also dass man vielleicht irgendwann mal sagt, hey, ich habe zum Beispiel gehört, einige lieben diese Insel Madeira. Ich war noch nie da, aber das soll wohl unglaublich schön sein und auch viele steuerführende Vorteile haben. Andere wiederum erzählen mir, Dubai sei so schön. Und ich bin ja hier in Deutschland. Ich bin ja immer hier groß geworden und liebe das Land auch so, wie es ist und bin auch so doll daran gewöhnt, dass ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, woanders hin. Aber viele erzählen, das soll da richtig cool sein. Ich war noch nie da, deshalb kann ich nicht mitreden und das nicht verneinen oder bejahen. Aber das wäre vielleicht nochmal eine Option, irgendwann vielleicht nochmal ins Ausland zu gehen und nicht nur auf diesem Fleck der Erde zu bleiben. Das könnte ich mir nochmal vorstellen. Ja, ansonsten, ja, das ist glaube ich so die Antwort darauf, die ich geben kann, aber... Ja, es ist cool, dass du da nicht gleich so drauf aus bist, wie viele halt immer wieder und ist irgendwie auch der Mindset, wenn man reich ist oder was halt geschafft hat, dann haut man ab. Ich bin da jetzt zum Beispiel auch nicht so, ich fange jetzt zum Beispiel jetzt das Bauen an. Ja. Cool. Also von daher Einfamilienhaus ist Bauen an. Schön, Gratulation. Ja, dankeschön, dankeschön. Und für mich zum Beispiel jetzt auch nicht die erste Wahl abzuhauen, aber deswegen auch die Frage und deine Gedanken dazu. Ja, einfach mal schauen, wohin dann das Leben führt, ja. Aber das wäre das Einzige, wo ich noch sagen würde, das könnte man vielleicht noch ändern, weil ansonsten, ich finde das so geil, mit den Leuten zusammen, so wie mit dir oder mit anderen Leuten aus der Community, das macht mir Spaß so. Und das macht auch Spaß arbeiten und dann kriegst du auch noch ein bisschen Geld durch Partnerschaften und hier und da. Also das passt, das ist einfach rund. Es ist nicht so wie früher. Früher, als ich noch angestellt war vor vielen Jahren, da war es dann immer so, ich hatte manchmal Montag so das Bedürfnis, oh scheiße, jetzt muss ich gleich zur Arbeit oder Sonntagabend schon gedacht, morgen geht es wieder los, weißt du, was ich meine? Und heute wusste ich, wir haben heute unseren Termin hier, wir haben unser Interview, ich habe mich darauf gefreut und das ist der Unterschied. Und dementsprechend mache ich damit immer weiter, solange es sich irgendwie auszahlt ein bisschen und man da jetzt nicht drauf zahlen muss, macht es auch unheimlich viel Freude und ich glaube, das merkt man aber auch. Also nicht nur bei dir, wo man es ja auch immer sieht, du bist immer mit guter Laune da, auch bei vielen anderen, mit denen ich zu tun habe, auch XRP Deutschland zum Beispiel, immer gute Laune, immer für den Witz gut und geile Leute einfach um mich rum und das macht mir auch viel Freude, ja. Ja, genau, dieses die Community kennenzulernen, Content Creator kennenzulernen, natürlich, wenn man selber einer ist, geht es noch schneller hier und da und ja, mehr Leute wissen mehr, sehen mehr, hören mehr natürlich. Ich sag's dir, so viel gelernt, ja, so viel gelernt, ja. Heute wieder was gelernt mit den Validatoren, habe ich wieder was gelernt heute von dir. Ja, dankeschön. Und so zahlt sich das einfach aus und ich glaube, jeder kann das nachempfinden, wenn man auch noch so sein eigenes Ding macht, ja, und sich das dann irgendwie auszahlt, ich glaube, das ist sehr dicht dran an Glückseligkeit und Zufriedenheit einfach, wenn man Dinge macht, die einem Spaß bringt, Geld hin oder her, es ist einfach cool und ja, das ist glaube ich ein gutes Schlusswort, ja. Verzeiht mir, aber ich wollte euch unbedingt so viel wie möglich wissen lassen. Nein, mega, mega, also ich habe dich extra nicht unterbrechen lassen, um Gottes Willen, hau raus, was du denkst, ja, frei aus dem Bauch raus, frei aus dem Kopf raus, so kennt man dich auch, also viel, vielen Dank schon mal, dass du wirklich, ja, da warst, deine Zeit hier für uns parat gestellt hast und deine Informationen und Gedanken, vielen, vielen Dank, Alex und hoffe natürlich, dass wir auch, ja, in der nahen Zukunft da auch noch mal was zusammenbekommen. Sehr gerne, sehr gerne, bist ein sehr charmanter Kerl, freue mich sehr heute, ja, habe mich wirklich schon gefreut auf den heutigen Tag und wurde nochmal bestätigt, also nochmal großen Dank an dich heute für deine Zeit, auch für euch alle, dass ihr euch das angeschaut habt, lasst unbedingt ein Like da, auch meine Community abonniert sehr, sehr gerne, lasst ein Like da, ich denke, das lohnt sich und ja, sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank, Alex, für deine Worte und ja, an euch da draußen nochmal, wie gesagt, falls ihr den Alex noch nicht kennen solltet, dann unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu seinem Channel natürlich und ja, wie sagt man so schön, lasst gerne Liebe dort, lasst gerne Support da und wir freuen uns und ja, hoffen natürlich, dass wir die nächsten Monate, Jahre hier ein Portfolio-Wachstum sehen und ja, mit den Worten, glaube ich, verabschieden wir uns mit meinem Alex und ja, haut's rein und wie ich zu Pfling sage, immer klug investieren. So sieht's aus, bis bald, ihr Lieben. Ciao, ciao. Ciao, ciao.